Heute kauf ich mir den Skin, moin moin! Hi Micha, wir verkaufen hier aber keine Paysafe-Karten. Na so schlau bin ich auch, ich bekomm Fortnite-Karten. Fortnite-Karten, gibt's das überhaupt? Ja, ich bekomm Fortnite-Karten. Wir haben extra ein Display-Pokémon-Karten für dich aufgehoben. Nee, diesmal nicht. Die Fortnite-Karten sind derzeit ziemlich im Trend. Gut, ich schau kurz nach. Und, wie schaut's aus? Hast du sie gefunden? Nein, haben wir nicht da. Was? Jedes Mal habt ihr nicht das da, was ich will. Tut mir wirklich leid. Na ja, dann kauf ich mir halt eben ne Paysafe-Karten, tschüttelü.